John Travolta hat eine sehr persönliche Nachricht mit der Welt geteilt, die er Barbra Streisand zu ihrem 80. Geburtstag geschickt hat. Die Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand hat gerade ihren 80. Geburtstag gefeiert. John Travolta, 68, teilte nun auf Instagram einen Ausschnitt aus einem Video, das er seiner Kollegin zu ihrem Ehrentag geschickt hat. Darin schwärmt der Hollywoodstar von der Naturgewalt Streisand. Eine Muse und Legende. Sichtlich gut gelaunt erklärt Travolta, dass es nicht genügend Worte gebe, um zu beschreiben, wie besonders dieser Mensch ist. Es sei kein Klischee, wenn er sage, dass er sich nicht vorstellen könne, wie die vergangenen Dekaden ohne Streisand ausgesehen hätten. Sie ist eine Naturgewalt, schwärmt Travolta. Außerdem sei das Geburtstagskind ein wichtiger Teil der gesamten Struktur unserer Kultur. Für ihn sei sie auch ein Teil seiner Erziehung gewesen und seines Verständnisses dafür, worum es in der Kunst und im Leben gehe. Barbara, ich liebe dich. Alles Gute zum Geburtstag, beendet Travolta seinen Gruß. Auch weitere Stars beglückwünschtens 3 Cent. Jennifer Aniston, 53, bezeichnete sie auf Instagram etwa als Muse und Legende, die sie stets inspiriere. Das ist ein halber Hades pueden im Hinblick auf Merkel's und Zweite. Zeigete, meaning paid. Cha mie. Cha refr. Och bacon. Chao. 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 Kroo.